Guten Tag! Ich heiße Mrichanova Karina. Ich liebe Moskau. Ich liebe das Alte und das Neue Moskau. Ich möchte einige Sehenswürdigkeiten zeigen, die mir besonders gefallen. Ich gehe zum Roten Platz. Das ist das Herz von Moskau. Wir stehen auf dem Roten Platz. Das Wort Krasne in der Altslawischen Sprache bedeutet es schon. Jetzt gehen wir zum Theaterplatz, wo das Karl-Marx-Denkmal steht, das zu Ehren der Gründung des Maximus errichtet wurde. Gegenüber dem Denkmal befindet sich ein großes Theater, das 1825 erbaut wurde. Er ist weltweit bekannt. Jetzt zeigen wir das Neue Moskau. Ich bin in der Nähe von Moskau City. Viele Wolkenkratzer wurden in der Gegend gebaut. Nach einigen Jugendstationen befindet sich das Kulturhaus Kest 2. Hier können Sie sicher mit Ihren Freunden an einem Projekt arbeiten. Und noch etwas Interessantes. Neben dem Kulturhaus Kest 2 befindet sich die berühmte Skulptur. Großer Ton von Urs Fischer, die den Beginn des Schaffens simbolisiert. Ich habe dir das Alte und das Neue Moskau gezeigt, das ich mag. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.